Was ist der wichtigste Schlüssel für deinen Vertriebserfolg, der die wenigste Zeit beansprucht? Ja, kleines Geheimnis, das werden wir jetzt aufdecken. Herzlich willkommen erst mal zum Video. Ich bin immer noch Alex, das ist immer noch Marvin. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was eigentlich so 80-20 das Thema ist, was man im Vertrieb direkt umsetzen kann, was dazu führt, dass du mit weniger Zeit mehr Umsatz machst. Und es gibt da einen ganz heftigen Schlüssel und den wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen und das Thema nachfassen. Was heißt nachfassen? Nachfassen bedeutet, ich bin durch den ganzen Betriebsprozess eigentlich komplett schon durch. Ich habe schon Vorgespräch gemacht, ich habe eine Beratung gemacht, ich habe ein Angebot gemacht. Das Angebot liegt beim Kunden und er bestätigt es aber nicht zurück. Und was jetzt die meisten machen, ist, sie warten, sie sagen, ja, ich renne ja nicht Aufträgen hinterher, ich habe jetzt ja nicht nötig, jetzt den Auftrag hinterher zu rennen. Was die meisten aber nicht sehen, ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das Angebot bekommen hat, schon mal mindestens vier, fünf, sechs Stunden draufgegangen sind. Allein mal ein bisschen Zeit, überhaupt mal mit der Person ein Vorgespräch zu führen, dann die Fahrt dahin, meist eine halbe Stunde, die Fahrt zurück eine halbe Stunde, dann noch drei, vier Stunden Beratung, noch mal eine Stunde Angebotserstellung, je nachdem, wie komplex die Produkte sind. Trotzdem geht eine Menge Zeit drauf. Selbst wenn es nur zwei Stunden sind, die draufgegangen sind, ist es super viel Zeit, die da weg ist. Das Thema ist dabei halt immer, dass die Leute sich halt wirklich irgendwo entweder zu fein sind oder halt sagen, ja, ich habe ja gar nicht die Zeit, die Leute nochmal anzurufen, die werden schon auf mich zukommen. Ja, ich hatte das auch. Ich habe mal letztens mir Lampen sozusagen besorgt für meine Wohnung. Und ja, das wurde auch geplant und so weiter von einem Innenarchitekten und Gestalter sozusagen. Und ja, ich wollte diese Lampen halt unbedingt haben und es sollte auch schnell gehen. Und ich war eigentlich schon bereit zu kaufen. Aber ja, im Prinzip wurde dann mir einfach sozusagen das Angebot geschickt und danach nicht mehr sozusagen nachgefasst und gefragt, ob ich das jetzt haben wollte. Ich habe auch geschrieben, ja, können wir gerne so machen und so weiter. Aber dann ist halt erst mal nichts passiert. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass halt auch einfach Angebote rausgeschickt werden und man dann einfach im Eifer des Gefechts, im Alltag vergisst, dann auch einfach zu fragen, ja, wollen wir das jetzt machen? Wann wollen wir damit starten? Ja, ich hatte auch so ein richtig schönes Beispiel. Ich war mit meiner Frau Gardinen kaufen und die haben uns da schon alles zurecht gemacht, so Gardinen irgendwie 700 Euro und dann wollten wir direkt buchen. Also, sie wollten direkt buchen und das System ging nicht. Es ging einfach die IT dahinter nicht. Und war dann halt so, sie hat halt dreimal versucht, das zu fixen, hat einen Techniker nachher angeholt und nach einer halben Stunde hat sie gesagt, okay, ich gebe es auf, ich schicke Ihnen das nochmal per Mail zu, das Angebot, hat sie uns zugeschickt. Meine Frau hat auch gesagt, 700 Euro für Gardinen ist eigentlich ganz schön viel, ne? Also, es ist halt übertrieben viel gewesen für ein bisschen Stoff im Endeffekt und dann hat ihr auch die Farbe auch nicht mehr gefallen. Ja, man kennt das ja. Und wenn dann die Kollegin nochmal angerufen hätte nach dem Angebot, nochmal gefragt hat, ja, wie ist denn jetzt mit den Gardinen, dann hätten wir zumindest mal erklärt, was das Thema ist und sie hätte es behandeln können. Sie hätte vielleicht was machen können, sie hätte jetzt sagen, guck mal, ja, Preis kann ich jetzt nichts machen, aber die Farbe können wir vielleicht besser machen, das hat die optimale Farbe ist, dann hätten wir es vielleicht gemacht, aber es hat sich nie wieder jemand gemeldet. Und nach so einem, klar, wie das passiert ist, habe ich gesagt, wir wollten buchen vor Ort, ich hatte schon eine Karte in der Hand und es ging einfach nicht. Also, es ging einfach technisch nicht. Sie meinte, ja, macht das System irgendwie nicht. Und es hat auch keiner mehr angerufen danach und sie hat locker eine Stunde mit uns gesessen und uns beraten und nochmal eine halbe Stunde auf die Dings gewartet, auf die Bestätigung quasi von dem System gewartet, die aber nicht kam. Also, komplett Zeit, die draufgegangen ist, die einfach gar kein Ertrag gebracht hat für das Unternehmen. Und das ist halt bei dir das Gleiche. Also, im Endeffekt, es muss ja nicht immer sein, ein Angebot zu schicken. Manchmal kann es das reichen, wenn der sagt, hier, Herr Flänchen, wollen wir das machen? Ja, wollen wir machen? Okay, Unterschrift drunter, Feierabend. Dann hat er direkt seinen Auftrag eingetütet, Marvin ist happy soweit und alles ist gut. Und das gleiche Thema, du schickst dir das Angebot raus, jetzt weißt du nicht, was er damit machen soll. Der warte vielleicht nochmal einen Anruf von dir. Es kann auch sein, er sagt, soll ich das unterschreiben, soll ich das bestätigen? Es kann sein, er sieht irgendeinen Punkt auf dem Angebot, wo er sagt, ja, das verstehe ich nicht, warum das jetzt da steht. Aber der meldet sich vielleicht nochmal. Der meldet sich aber nach drei Wochen nicht, also du. Und dann sagt er auch, ja gut, er hat vielleicht doch kein Interesse daran, mit mir das zu machen. Ich meine, der Kunde meldet sich statistisch gesehen nicht wieder. Das musst du eher selber machen. Ja, die Leute wollen auch einfach geführt werden. Also, wenn du schon sozusagen das, also wenn du den, ja, das Geschäft jetzt nicht direkt eintüten kannst, dann solltest du das Ganze aber auch so anleiten, dass der Kunde ganz genau weiß, was passiert. Ja, nicht nur sagen, ja, okay, dann ich schicke ihn das zu und dann geht er aus dem Laden oder man legt auf und so weiter. Sondern, ja, ich schicke ihn das zu und dann melde ich mich nochmal und wir machen einen Termin, wo wir zusammen das Angebot nochmal besprechen und schauen, ob es noch offene Fragen gibt. Falls es keine Fragen gibt, ja, schreiben Sie mir einfach auf die Mail, dass das so in Ordnung ist und wir damit starten können. Ja, am besten sogar das Angebot gar nicht rausschicken, sondern wirklich vor Ort mit den Leuten besprochen. Ja, das genau. Das ist der ideale Weg, ne. Aber wenn man sagt, wenn man es rausschickt, dann auf jeden Fall nachfassen, dann auf jeden Fall hinterher gehen. Und am besten direkt, sobald es rausgeschickt ist, einen Termin im Kalender markieren, in einer Woche oder so nachfassen oder in zwei Tagen nachfassen. Ich persönlich fasse am nächsten Tag nach. Warum? Weil ich frage erst mal, ob das Angebot angekommen ist überhaupt und ob es verständlich war, was drin stand. Wenn es nicht verständlich war, dann kann ich die Fragen klären, bevor er in der Woche vielleicht schon woanders gekauft hat, wo es besser erklärt wurde, wo die Person näher dran war. Also, das ist auch die eigene Verantwortung, was aus deiner Zeit dann kommt. Und dann hast du lieber, die Hilfe dann nur Beratungen, schließt aber mehr davon ab. Dann hast du auch die Zeit nachzufassen und hast noch viel mehr Zeit über. Weil im Endeffekt bedeutet es halt nochmal fünf bis zehn Minuten Arbeit, wirklich nochmal höher in die Hand zu nehmen und anzurufen, um einen Auftrag einzuschüten, der dich schon mal vier, fünf Stunden gekostet hat. Aber für viele ist es einfacher, nochmal die vier bis fünf Stunden zu investieren, als die fünf Minuten, warum auch immer, in Kauf zu nehmen. Also nachfassen, wirklich ein Riesenthema. Du kannst den Kunden mega Gefallen damit tun. Du kannst dir selber mega Gefallen tun. Du kannst deinem Konto mega Gefallen damit tun. Und du kannst im Endeffekt halt dafür sorgen, dass es einfach ein flüssiger Durchlauf ist, wo du in der Hand hast, ob er kauft oder ob er nicht kauft. Von daher würde ich sagen, reicht damit doch erstmal. Wenn du vielleicht irgendwelche Sachen hast, wo du sagst, da hast du nachgefasst, dann gab es Einwände, du bist nicht drüber gekommen. Schreib gerne mal in die Kommentare, dann können wir vielleicht mal ein separates Video zur Einwandbehandlung zu diversen Themen machen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.